Ich sagte Ava solche Sachen alle 5 Minuten. Aber sie hatte recht. Annys Präsentation war beeindruckend. Das Zimmer von Annie war dargestellt als Modell. Und neben dem Modell standen die 3 Petrischalen, in denen die Bakterien aus ihrem Zimmer wuchsen. Es gab auch ein Modell von Franks Zimmer und 3 Petrischalen, in denen die Bakterien aus seinem Zimmer wuchsen. Und ein Modell vom Zimmer ihres Dads, mit den entsprechenden 3 Petrischalen, in denen keine Bakterien wuchsen. Was wirklich gar kein Sinner gab.